Kleine Ankündigungsteaser, denn morgen ab 20.15 Uhr soll es einen Live-Stream geben bei mir auf dem Twitch-Kanal. Der ist dann in der Videobeschreibung verlinkt. Zur Auswahl stehen Pillars of Eternity, H1Z1, Daisy, City Skylines, Heartland und Dragon Age Inquisition. Wenn ihr irgendeines von diesen Spielen sehen wollt oder ein anderes, was ich dann hoffentlich habe, oder Book of Unwritten Tales, guckt mal auf meinem Kanal, was ich da alles habe. Wir können auch von mir aus Evil Within weiterspielen, den Livestream ist mir egal. Schreibt es mir in die Kommentare, die meisten Stimmen zählen. Wie gesagt, morgen 20.15 Uhr Livestream auf meinem Twitch-Kanal. Ich bin raus für heute, euer SunkyGameJ, freue mich schon auf das, was ihr mir da schreibt und was ihr gerne sehen wollt. Ich sage Tschau mit P.